Heute seht ihr die Top 5 der besten Roblox-Spiele aller Zeiten. Am Ende des Videos ist sogar ein geheimes Spiel versteckt. Das würdest du auf gar keinen Fall verpassen. Los geht's! Alter! Yo! Was ist das denn jetzt hier, Caspar? Ich weiß es auch nicht. Ich bin hier runtergefallen. Ich fand mir gerade nicht sicher, ob wir da reinspringen sollten, aber es ist hier gerade kein Zurück mehr. Ich habe da auch, ich habe da keinen Weg umgesucht, gefunden meine ich. Ich habe da schon lange gesucht, aber irgendwie war da nichts. Ah, du musst da nicht draufgegangen. Pass hier bloß auf, das ist hier nicht ganz so einfach. Hier ist so ein bisschen Laser. Das Ding ist, hier soll anscheinend irgendwie so eine große Köpfe sein. Was? Also, das hast du dir doch, du sprichst doch. Also, irgendwas habe ich hier so gehört von diesem Auto. Oh, was ist das denn? Warte mal, du hast ja große Köpfe, das waren gerade schon große Augen. Das waren schon echt mega große Augen. Lass ganz schnell raus. So, ich bin jetzt auch ganz kurz am Tauchen. Hier nach oben schwimmen. So, okay, wir haben es, wir haben es. Atme tief durch und denke über eine Strategie nach. Wie vermeide ich sie? Was ist denn? Guck mal, du hast recht, da drüben ist jetzt ein Riesenauge. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ein paar Rätsel lösen. Also, wir haben jetzt ein Riesenauge hier und wir müssen... Oh Gott. Wie kann man das am besten weglocken? Ach man, natürlich geht es nur auf mich. Was war das denn? Aua. Das hat mich zu lange angeguckt. Das verfolgt jetzt aber nicht weiter, ne? Nein, nein, das hat jetzt da jemand anderen gesucht da oben. Und jetzt sind wir hier in so einem Lager drin, oder was? Ey, du darfst es nicht angucken, das Auge. Also, du darfst nicht in die Augen gucken. Okay. Ich spüre eine neue Bedrohung. Bist du bereit? Hast du immer noch Energie? Na klar, wir sind doch gerade erst eingefallen. Ich habe eigentlich auch stabile Energie, muss ich sagen, ne? Aber ich bin hier am liebsten nur schnell raus. Dieses Auge ist schneller als das erste, kann aber nicht springen. Bedeutet? Runterlocken und jetzt, ja! Ja, das war mega clever. Hallo. Oh mein Gott. Ah! Oh! Pass auf! Ja, wenn man das so nicht auf die Rampe bringen, ne? Guck mal, schnell auf die Rampe. Ah! Oh, lauf! Oh, es kommt nicht hoch. Okay, ich stehe durch. Okay. Ah, es kommt da noch nicht hoch. Hier steht wie so ein Springen. Springe? Kein Problem, machen wir den hier. Zack. Hä, kann jemand vorbeilaufen? Hä? Hä, du konntest doch gerade wieder durchgehen. Also, du meinst, man muss... Hä, ja, ich und ich sterbe. Hä, was ist denn das denn? Also, man muss dann anscheinend nicht genau die Regeln befolgen. Also, wenn du nicht schnell genug bist, um hinter ihn zu kommen, wende einen der Gräben links und warte, bis das Auge verschwindet. Oh! Okay, also... Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, was da fast ist. Das ist wie bei dieser Wand wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, ja, ja. Oh! Wo ist denn der? Hier rüber? Oh mein Gott! Der guckt ab und zu, der kommt ab und zu aus dem Schatten raus. Da musst du echt aufpassen. Was war die? Ja, jetzt guck hin, guck hin. Da ist er! Oh mein Gott! Ey, der schießt so einen mit seinem Laserauge, ne? Ja, und ich bin durch. Ich habe es. Oh mein Gott! Okay, warte, ich bin jetzt hier gerade noch von dem anderen Punkt getraten. Level 1 fertig. Ich komme in Level 2 jetzt gerade rein. So, wie jetzt? Ich bin jetzt auch gerade hier. Oh mein Gott, ich bin Stufe 2 jetzt hingespawned. No, Level 2 stimmt. Also, sind wir hier schon? Oh mein Gott, es geht bis Stufe 6. Ja, ich muss sagen. Oh! Oh, es wird schon kass. Ich muss sagen, Level 1 war eigentlich ziemlich einfach, aber das war bestimmt schwieriger. Leute, wenn wir das nicht schaffen, Level 6 nachher zu schaffen, Leute, dann werden wir für immer gefangen sein in einem großen Augenwelt. Oh nein, das will ich aber nicht. In einer großen Augenwelt. Oh mein Gott, pass auf, das Auge. Pass auf, pass auf, das Auge, das Auge. Wo lang? Hier ist der Fall. Es öffnet sich immer nur eine Tür. Es öffnet sich immer nur eine Tür. Hier drüben, hier drüben, hier drüben. Hier, hier doch. Hier können wir doch durch, oder nicht? Dann wird gleich ein Loch kommen, dann wird gleich ein Loch kommen. Ja, ja, mach auf, mach auf. Du musst genau in Richtung man reinspringen. Mach auf. Jetzt. Schnell. Oh mein Gott. Und jetzt mitlaufen, mitlaufen. Schnell, schnell, schnell. Die Wand ist hinter uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die muss doch nicht locker einen guten Ausgang oder sowas sein, Kasper. Ja, ja, safe, safe. So ein riesiges Labyrinth hier, oder was? Beeilung. Beeilung. Oh nein, wo müssen wir denn hinlaufen, sag mal? Ja, 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 ja. Ja. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Und jetzt können wir, oh Gott. Oh Gott. Das ist ja ein Mega-Auge. Guck mal nach rechts. Achso, der kann doch springen. Pass auf, pass auf, der ist schnell, der ist schnell. Okay, hier hoch, die Treppe, hier hoch. Kann auch die Treppen hochspringen? Nee, ne? Alter. Ich glaube, wir müssen hier ins Tegaten rum. Alter, guck dir das Riesenauge an. Der hat mich gebissen. Der guckt dich an durch die Scheibe. Guck dir mein Leben an. Du bist fast tot. Nein. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn abgehängt. Oh Gott, oh Gott. Schnell durch, schnell durch, mein Leben, Kasper. Du schaffst es, ja. Okay, ich bin jetzt auch durchgekommen. Oh Gott, jetzt pass bloß auf die Laser auf hier. Man kann nämlich kaum hochspringen, ne? Ja, ja, das sind so komische Zepter oder so. Oh, oh, oh. Ja, habe ich. Okay, haben wir auch geschafft. So, der nächste Checkbook ist sicher. Alter. Also, ich hatte das Gefühl, das Spiel hat irgendwas mit Augen zu tun, ne? Nein, 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 nein. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, ehrlich, glaubst du, das Spiel hat irgendwas mit Augen zu tun? Ja, weil das so Riesenaugen sind die ganze Zeit. Oh Gott, aber der, oh Gott. Alter, der macht nicht viel Schaden. Die luschern auch die ganze Zeit immer, ne? Oh mein Gott, der ist schnell hier. Oh Gott, Alter, der will dich damit hier mit Augen abschließen. Der macht Auge. Der macht Auge, der guckt ganz toll die ganze Zeit. Oder ist das ein Mund? Oh Gott. Guck mir nicht so an. Nee, ist alles ein Auge. Oh Gott, oh Gott. Aber der kann nicht springen, Gott sei Dank, ne? Der kann nicht springen. Zum Glück steht da dann. Das große Auge sieht dich nicht, wenn du da unten bist. Versuch aufzusteigen, wenn er weg ist. Ah, lol. Okay, warte mal. Jetzt, jetzt. Jetzt schnell nach unten. Nach unten, nach unten, nach unten. Warte, er kommt gleich, er kommt. Da ist er, da ist er. Oh mein Gott. Jetzt hier schnell rüber, 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 rüber. Und jetzt? Ich bin versteckt, ich bin versteckt. Warte, ich bin versteckt. Ich hab's. Wie jetzt? Ja, da kam gar kein Auge. Ich bin direkt schon Level 3 jetzt. Ich glaube, es kommt dir gerade ein Auge. So, ich bin Level 3. Ah, und ich spiel jetzt runter. Mega einfach. Ah, ja. Ich spiel auch Level 3. Oh, wir sind in Level 3. Oha. Oh mein Gott, was ist hier? Gehe nicht auf Blumen, oder du wirst irgendwelchen gruseligen Sequenzen gegenüberstehen. Okay, warte mal, hallo? Au, gar nicht. Man geht einfach nur drauf, okay. Ach so, das war eine Trappe oder was? Du wirst schon gerne in einem Blumen hochgehen, ne? Ja, ja, die wollen halt nicht, dass du in deren Garten gehst, ne? Kann ich verstehen. Ich weiß, das sind so richtige Deutsche. So. So richtig so, ey, nicht einen Fuß auf meinem Rasen drauf. Das ist so, das ist mein gepflegter Rasen. Mein gepflegter Rasen ist das hier. Jo, so. So, da kommt er ja schon mit dem Rasen. Hier kommen wir von hier. Ja, vorsichtig, vorsichtig. Achtung. Und rüber. Dann kommen sie mit ihren Cowboyhuten. Die machen so Auge die ganze Zeit, ne? Ich weiß. So, ich habe ein Checkpoint jetzt geschnappt. Müssen wir links, rechts gehen. Sehr gut, ich auch. Wir gehen hier hoch und hier sind wieder einige, die Auge machen. Oh Gott. Oha. Oh Gott, das ist ein schneller Hase. Ich sehe, oh Gott, das ist ein ganz schneller Hase. Ich sehe das schon. Ich muss mal ganz, ganz vorsichtig sein. So, komm schon jetzt hier. Ich habe, ich habe, finde den richtigen Moment, um die weißen Augen zu vermeiden und warte, bis das letzte Auge fertig ist. Jetzt. Okay, komm rausgeschossen. Was steht da? Wie lange du gebraucht hast. Finde den richtigen Moment, um die weißen Augen zu vermeiden und warte, bis das letzte Auge fertig ist. Okay, das heißt, du müsst jetzt hier mal schauen. Der richtige Moment. Ah, das heißt. Hä? Oh Gott. Das habe ich nicht gut von dir gerade. Das habe ich gerade nicht clever von dir. Ich glaube, ich mache hier richtigen Mist. Ich glaube, ich mache hier richtigen Mist gerade. Oh Gott. Hä? Oh Gott. Hä, die kommt doch nicht weiter. Alter, das ist eine Wand, die fährt hoch. Siehst du das? Stimmt. Was ist hier vorne? Ah, ich bin Level 4. Haha. Sehr gut. Guck mal. Ich bin jetzt Level 4 und ich kann mir jetzt hier die Blumen kaufen aus dem Garten. So. Ich muss rein. Hey. Ich bin schon wieder drauf gegangen. Haha. Ich habe mir jetzt hier die Blumen gekauft für 50 Robux. Ey, jetzt ist auch noch eine Stufe 7. Die ist, glaube ich, geheim. Und Level 4 Abfahrt. Ja, und Sprungidi-Dungidi-Dungidi-Dungidi-Dungidi-Dungidi. Ja, warte, ich komme und zacki. Okay. Hier sind wir hier. Oha. Das sieht doch schon richtig crazy aus. Sogar Laseraugen. Guck mal, wie krass die aussehen. Das hat echt Laseraugen. Oha. Wo ist die, wenn ich auf den raus springe? Guck mal. Hä? Ich bin drauf. Erspielst du denn jetzt? Ich bin der Augencontroller. Aua, aua, aua. Ich glaube, du bist eher ein blindes Auge. Ah, der ist weg gelasert. Ich glaube, du bist so ein Rotauge oder sowas. Ich glaube, du solltest dir mal die Augen lasern lassen. Du hast gleich mal ein blaues Auge. So, warte mal. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Und Sprung. Hoppa. Okay. Checkpoint, das geht ja. Oh mein Gott, das ist hier ein Laser. Alter. Oh mein Gott. Au. Aua. Ich renne jetzt einfach durch. Ich renne jetzt einfach durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war gut. Das war gut. Die schreien ja sogar richtig, wenn man die Augen gelasert bekommen von denen. Oh nein. Die sind ja richtig verbrüht. Oh nein, den mag ich nicht. Das Holzauge. Das blöde Holzauge. Alter. Das Ding ist, das Holzauge kann halt auch springen, was halt richtig nervig ist. Ja. Und der kommt jetzt auch. Der kommt jetzt auch. Wir müssen jetzt den Wagen nehmen hier. Steig ein. Steig ein. Steig ein. Wo kommt der? Wo kommt der? Der steht doch schon. Wo steht der? Wo ist der Wagen hier? Wo bist du? Ja, wie hast du das gemacht? Hast du auf den Knopf gedrückt? Nein, der kommt von alleine. Du musst halt jetzt mega lang warten. Ach ey. Der steig ein hier. Jetzt bin ich hier wieder unten. Ja, ganz toll. Hier warte. Das ist das Kart. Okay, ich bin auch im Kart drin. So. Ich bin jetzt im Kart, Kasper. Wo bist du denn? Yeah. Oh nein, ich wollte langsamer drücken eigentlich. Schade. Jo, man wird runtergeschmissen. Das Kart wird runtergeworfen, ja. Das habe ich ja jetzt gerade erst gesehen. Okay. Ja, ja. Das halte ich langsam sein. Was ist hier? Oh mein Gott. Was ist das? Ist das irgendwie ein Abzeichen? Hier ist ein geheimer Raum. Alter, guck mal. Was ist denn hier los? Alter, lass runter da. Was ist das denn für ein Ding? I knew. Ich bin draufgegangen. Ich bin draufgegangen. Als ob das einfach nur Bait war. Warte, ich probiere nochmal aus. Ich probiere nochmal aus. Ich habe mich auch genau in der Sekunde berührt. Nein. Oh mein Gott, man geht nicht drauf. Wo bin ich denn jetzt? Loy, wie cool. Was ist? Was guckst du da so? Was guckst du da so? Ach man. Wieso bist du da nicht reingesprungen? Ja, weil ich wusste, dass du mich veräppelst. Das war mir klar. Wieso bist du da nicht reingesprungen? Okay. Jetzt zieh an den ganzen Teilen vorbei. Checkpoint und drüber hier. Ey, jetzt hier sind wieder diese springenden Augen. Ey. Die springenden Augen, die springen. Aua, die springen doch nicht. Alter, ich bin doppelt draufgegangen. Ich bin gerade einfach im Dings gewesen. Einfach so bei Sand. Du darfst dich auch nicht eine Millisekunde berühren. Mach ich auch nicht. Ich bin auch nicht schlecht. Alter, wie läufst du denn hier? Sag mal. Ich bin da ganz lebensblüde. Ich bin auch einfach durch. So. Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt sind wir hier schon beim nächsten Checkpoint. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist richtig crazy. Oh, was steht da? Oh Gott, hier kommt wieder. Finde den richtigen Moment, um auf den Wagen zu kommen, ohne dass das Auge dich sieht. Du kannst Pausen einlegen. Und hinter den braunen Wänden verstecken. Äh, hier ist doch gar kein Auge, oder? Wo ist denn das Auge jetzt hier? Ey, hier ist gar kein Auge. Da, da ist es. Es hat dich geholt. Ich habe es gar nicht gesehen. Es hat dich geholt. So, jetzt zieh schnell rein. Das Auge kommt locker wieder. Schnell das braunen Dingens. Oh, raus hier. Wo ist denn das Auge? Hä? Hä, ich sehe es nicht. Hey, bei mir, Dinger, bei mir ist da keins. Bei mir ist da keins. Ja, und hau rein, Kaspar. Hey, du musst mir mal sagen, wo ist das Auge? Ich brauche hier deine Hilfe. Ich brauche hier deine Hilfe. Das kommt ja direkt. Ah! Wo soll es denn sein? Ich sehe es doch gar nicht. Ja. Wo ist das? Das Auge ist vorne. Es kommt nur so eine Sekunde. Ach, da hinten. Ja, du blinden Fisch. Mann, habe ich nicht gesehen. So, siehst du, hast gesehen, da war das Auge. Weil ich habe jetzt hier mein Checkpoint. Oh Gott, nein. Oh, ja. Oh mein Gott. Wir brauchen hier gleich vier Spieler. Okay, ich warte jetzt mal. Was, vier Spieler? Toll, jetzt kann ich weitergehen ohne dich, aber nein. Oh, sie rinden da. Oh mein Gott, Alter, ich dachte, ich gehe nochmal drauf da. Ja, ich dachte, ich gehe nochmal drauf da. Hier müsste jetzt anscheinend, jemand wartet auf dich in der Phase 5. Du kannst ein paar Leute mitbringen, um das herauszufordern. Ich würde sagen, wir bleiben zwei Spieler, okay? Oh mein Gott, okay, okay, okay. Aber meinst du, wir schaffen das zu zweit überhaupt? Klar, klar, klar. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Voll entspannt. So, jetzt sind wir schon bei 5, jetzt sind wir schon bei 5, Kasper. Teleportation und rein. Erklimme die Treppen und überlebe 1 oder 2 Sekunden gegen Raketen. Okay, ich drücke auf okay. 3, 2, 1. Okay. Okay. Oh Gott, es geht los. Wie geht es los? Oh Gott. Sprechen, oh mein Gott. Hey. Das hat ja super funktioniert. Okay, noch ein Versuch steht da. Hä, wie soll denn das denn funktionieren? Hä, wieso sind wir auch direkt drauf gegangen? Hä? Oha. Oh, chillt schon einer. Komm, wir nehmen uns hier. Wie kannst du das jetzt zu dritt machen? Komm mit dein Mann. Na, hier, eine Sekunde, Alter. Ey, das war ja, hast du gesehen, wie schwer das war? Wir haben zu lange gewartet, wir müssen sofort reingehen. Okay. Los. Los. Ich sehe nichts. Ey, ich habe voll die komische Ansicht. Ich auch. Jetzt, 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 jetzt. Hoch, hoch, hoch. Vereilung, Vereilung. Lauf, 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 lauf. Pass auf den Raketenaufwender, welche kommen. Oh, da ist er. Oh, da ist er, da ist er. Hau ihn kaputt. Ich weiß nicht, wie ich ihn kaputt an soll. Wie macht man das? Jetzt. Weiß ich nicht. Jetzt. Jetzt geht los. Die Treppen sind runtergefallen. Oh Gott, was müssen wir machen? Hä? Gegen ihn hauen oder was? Müssen wir irgendwie gegen ihn springen oder so? Oh Gott. Hast du gegen ihn gesprungen? Auf ihn klicken oder so? Pass auf, Raketen, Raketen, Raketen. Achtung, Raketen, Raketen, Raketen. Oh mein Gott. Alter. 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 Lebensbüde. Die sind voll schnell. Das ist der Lebensbüde. Alter. Er kommt, er kommt. Okay, er verliert anscheinend Leben, weil wir so krass oben auf seiner Base sind. Ja genau, er verliert Energie. Er verliert Raketen wieder? Raketen, Raketen. Eine ist langsam, eine ist schnell. Denk dran. Wow. Oh mein Gott. Noch mehr Raketen. Wow. Noch mehr Raketen. Oh mein Gott. Ich will hier nicht drauf gehen. Jetzt, jetzt, jetzt. Er verliert noch mehr Leben. Ja man, ja man. Auf ihn, auf ihn. Lasse uns in Ruhe, Doktor Auge. Auf ab jetzt, Kamei. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Oh, noch mehr Raketen. Das ist so knapp die ganze Zeit. Wir sind schnell und langsam. Oh mein Gott. Die kommen manchmal so von oben. Das ist voll komisch mit den Raketen. Jetzt. Ja, schön springen hier. Wir ärgern ihn auch die ganze Zeit. Oh mein Gott. Achtung, die Raketen kommen. Die Raketen kommen. Oh, ich weiß nicht wohin. Alter. Alter, es ist so, kommt so viele die ganze Zeit. Achtung, ihr habt ja schon Hälfte das Leben verloren. Die Hälfte haben ihn schon. Die Hälfte haben ihn schon weg. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gamei, nicht mit uns. Aua. Aua. Aua, ich wurde von der Rakete berührt. Ey, du musst da aufpassen. Kommt der jetzt wieder? Wo ist er? Da ist er. Schnell. Ey, der hat einen Trick. Einfach hier oben so stehen bleiben. Glaub ich. Nein, ich glaube nicht. Nein. Aua. Er wurde zu. Ich bin fast runtergefallen. Ich auch. Oh Gott, oh Gott. Immer schön ausweichen. Da. Nochmal legen. Abgezogen. Wie ist es hier so schnell gepist gerade? So, jetzt aber hier. Komm. Der hatte richtig Ärger. Der wollte irgendwas. Ey, der ist so schnell auch. Oh mein Gott. Raketen schnell langsam. Oh mein Gott. Noch mehr Raketen. Oh mein Gott. Komm doch mal ab hier, du blödes Ding. Er ist fast tot, Kaspar. Ja, komm schon. Noch ein, zwei Mal raus. Er ist fast tot. Ah, ah, ah. Die mega schnell Raketen hier. Vorsicht, da oben, da oben, da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt, 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 jetzt. Jetzt noch mal. Nochmal gegen klatschen. Nochmal gegen klatschen. Das war's, das war's mit ihm. Nochmal, 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 nochmal. Einmal noch, einmal noch. Deine letzten Raketen, die auf uns raufkommen. Ja, 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 das stimmt. Oh mein Gott, wir haben ihn. Da. Das Hidupotier, das Tor ist offen. Und jetzt? Wir sind zu Level 6. Was ist das? Was? Wie cool war das denn? Sehr gut, Alter. Das letzte Level ist das jetzt, ne? Ne, ich glaube, wir haben sogar... Oha, hier ist sogar Stufe 9. Wie gibt's da noch? Hier, Stufe 7. Alter, okay, rein. Ja, wow. Und los. Okay, Doktor Auge. Wir wählen den richtigen Weg. Rechts, links. Ich sag links, weil der grün ist, der Pfeil. Links, links, Pfeil ist grün. Hier, hier, hier. Pfeil ist grün, Kasper. Links ist richtig. Hier, alles gut. Das gehört alles zu planen. Schnell hier laufen, steht da. Oh mein Gott, da steht laufen. Alter, in uns ist ein rotes Auge. Oh, oh. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Ah. Oh mein Gott. Der hat mich auf die Elbe gelasert. Und jetzt? Vielleicht ist es auch hier rechts. Warte mal, hier ist ein Checkpoint. Ey, der killt mich, das Auge. Nein, ich bin direkt weiter. Was? Das ist ein Checkpoint, Kasper. Ja, ja, ja. Okay, warte, ich komm hier nicht, ich komm hier. Warte. Oh, oh. Oh, oh. Oh, die sind voll schnell. Die killen mich. Oh, okay. Siehst du mich? Nein, ich muss auf die Leiter da rauf. Ich komm da nicht hoch. Ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade schon ein bisschen weiter. Warte doch mal auf mich, sag mal. Du bist ja voll unkorrekt. Ja. Ja, genau da oben. Ich komm, ich komm, ich komm mal. Alter, du bist ja schon voll vorgelaufen. Du bist ja richtig unkorrekt. Lass einfach deinen Kollegen im Stich. Ja, ne. Hier steht dir das, was auf. Alle 10 Sekunden erscheint das goldene Auge. Normalerweise hast du keine Zeit, den ganzen Kuss zu durchlaufen. Es gibt einige versteckte Stellen an den Seiten, an die du warten kannst, sodass du das Auge weiden kannst. Okay. Wow. Wow. Nein. Ich war gerade da beim Versteckungsspot. Okay, hier musst du aufpassen, ne? Jetzt sind, glaube ich, so... Ja. Ja, und du musst auf den Boden auch aufpassen, da darfst du nicht rauf. superpower Institute Kinder. Ja. Hä, ich war schon wieder fast. Das Auge kam, deswegen. Okay, warte, ihr versteckt mir jetzt ganz much hier. Du musst voll spät rausspringen aus dem Ding. Ich verstecke jetzt kurz hier. Wo ist das Auge? Das kommt gleich. Da war's, da war's, da war's. Rein, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist auch jetzt, ne? Da war's. Ja, da war's. Da war's. Ja, Mann, ich hab's auch gesehen. Letzter, letzter, letzter. Ich hab auch Schaden bekommen gerade. Alter, rein ins Ding. Und was kommt jetzt hier? Oh Gott, was sind das denn für Augen? Jetzt gehen wir hier lang. Wir müssen schwimmen. Wir müssen tauchen. Wir müssen springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja mega schwer. Das heißt, wir haben hier. Es gibt Stufe 9. Wir müssen rüberspringen, Kaspar. Ja, ich seh's schon. Alter, da kommt so ein Wasserauge. Wasser, so ein Eiterauge oder was? Ja. Oh Gott, der ist ja voll schnell. Ja, klar ist der schnell. Okay, du musst einfach, du darfst gar nicht schwimmen, du musst einfach springen. Ah, jetzt bin ich auf seine Blumen gesprungen. Müssen wir hier reintauchen? Ne, wir müssen, doch, wir müssen hier runter, oder nicht? Oh, so, rüber hier. Alter, hier kommt auch, Alter. Oh mein Gott. Wo kann ich reintauchen, wo kann ich reintauchen? Hier oder was? Oh mein Gott, was ist denn das? Hier sind nur noch mal viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Oh Gott. Hey, der berühmt mich trotzdem. Oh, heißer Raum hier. Wo bin ich? Hier ist ein Checkpoint, die war richtig. Oh mein Gott. Hast du geschafft? Hey. Ja. Das war so knapp gerade, da kam das Auge nochmal raus. Hey, hey, weiter, 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 weiter. Oh mein Gott. Pass auf. Der Geist, der Geist. Nein. Schade. Ich hab Kraft. Hä? Mano, warte, oh. Kommst du? Da kommt er. Ja, ja, ich komm rüber hier, ich komm rüber hier. So, zack. Diesmal war easy, diesmal war. So, okay, ich bin jetzt hier beim nächsten, nächster Checkpoint. Oh mein Gott. Hier sind so viele Gärtner wieder. Ich seh's schon. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Wir müssen da vorne hin. Hast du das Labyrinth durchgespielt? Hier vorne, oder? Ja, hier müssen wir langen. Hier rechts rum, ne? Oh nein. Oh mein Gott, hier ist noch ein Auge. Alles gut. Nur ein Auge. Ein Auge. Nein. Nein. Du musst da durch, ne? Nein. Da durch ist er in Stufe 8. Oh mein Gott. Aua, Aua. Oh mein Gott. Der schreibt mir auch an. Ja. Nein. Nein. Wir verflogen. Wir verflogen. Äh. Ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott. Ich tauch weg. Ist aber mega schwer jetzt. Was kommt da? Alter. Was kommt da jetzt? Oha, das ist auf Englisch. Irgend so ein seltenes Auge, was da jetzt rumschwimmt. Und wenn du es anguckst, dann bist du tot. Hier unten. Oh mein Gott. Wieso sieht das so krass aus? Ich bin drauf gegangen, ne? Ey, du musst immer an die Lücken schwimmen. Lol. Das geht aber eigentlich. Ich komm, ich komm, ich komm. Ey. Ja, jetzt war das Auge grad da. Jetzt war das Auge grad da. Oh. Rein in die Lücke. Ich muss mit der Kamera immer richtig justieren, dass du richtig schwimmst. Das ändert sich immer. Das Auge kommt viel zu schnell. Wo bin ich denn? Ich hoffe, das Auge war jetzt da. Ich schwimme jetzt einfach. Ich bin in die falsche Richtung geschwommen die ganze Zeit. Oh mein Gott, ich bin in die falsche Richtung geschwommen. Ich auch? Ja, du auch? Ne. Weiß ich nicht. Wo bin ich denn jetzt? Muss ich hier durch? Das ist voll schwierig, das anzugucken. Muss ich hier durch? Ah. Da war das Auge. Ja, das Auge war grad da. Level 8. Hast du geschafft? Du kommst jetzt auf Stufe 9. Stufe 9, okay. Sehr gut, Kaspar. Sehr gut, dass du geschafft hast. Endlich habe ich es. Okay, okay, sehr gut. Und jetzt letztes Level oder was? Nee, Stufe 8 sind auf Stufe 9. Und Stufe 9 ist doch richtig schwer. Hier. Treibsand. Okay, das geht klar, das geht klar, das geht klar. Das geht klar, Kaspar. Du kannst das. Du kannst das. Du kannst es doch nicht. Ich hab's, ich hab's. Spam-Sprung. Ja, du musst die ganze Zeit springen gedrückt halten. Anders kommst du noch nicht weiter. So, hier lang. Checkpoint. Yo. Yo. Oh, woppa. Wopi. Das war richtig cool. Vor allem, weil er dieses eine Auge da noch hat. Alter, das war ja voll leicht. Das war ja voll leicht. So, jetzt kommen wir hier noch rüber. Ich hab den Checkpoint. So, zack. Und hier rüber. Oh mein Gott, das ist ja voll leicht. Alter, Alter. Der Mega-Tornado. Jetzt bin ich wieder unten. Ey, der ist schwer hier. Das, was jetzt kommt, ist schwer. Ich bin jetzt hier unten. Das ist mega schwer, was jetzt kommt, ist das Ehren los. Wieso? Ich komm jetzt gerade. Das schaffen wir. Komm nach oben. Wir schaffen das. Ich hab jetzt den Checkpoint. Ich warte hier kurz mal auf dich. Auf welche Platten dann rüber da? Ich warte hier drüben auf dich. Das kommt hier gleich. Auf welche Platten dann? Mann, die sind da vor dir. Vor dir auf die Platte. Im richtigen Moment abspringen, ja. Ja, ja, ja. Und jetzt rüber. Rüber. Nach rechts. Nach rechts. Das Bandschung ist viel schwieriger. Einfach laufen. Das ist viel einfacher. Ja, man muss einfach durchziehen. So, na endlich. Oh, sehr gut. Hallo, was denn? Na endlich. Du bist geschwimmen und wieder getrunken. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, pass auf. Ich will dir was zeigen. Wir müssen hier auf den Checkpoint kommen. Man wird aber immer so weggehauen. Alter. Oh, das ist so richtig schwer. Hier ist auch einer. Wie? Wo ist noch einer? So, ich habe den Checkpoint. Wo hast du den Checkpoint? Ich wurde hingehauen. Guck mal. Hä, wie wurdest du denn da hingehauen? Einfach so. Ich bin raufgesprungen und wurde hingehauen. So, dann gehe ich mal weiter. Hä? Als wenn du so viel Glück hattest direkt. So, hier. Oh Gott, du hast direkt ins Lidane gepfeffert. Oh Mann, ey. Ich gucke mal ganz kurz weiter jetzt hier. Was wir so machen müssen. Ja, mach mal. Ey, ich komme nur ins Lidane. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Alter, hier sind voll viele kleine Babyaugen. Die sind voll schrecklich. Ey, die holen mich. Was soll das? Ich komme hier nicht weiter. Das ist mir zu blöd. Die Babyaugen sind voll schlimm. Mann, wie kommt man denn da rauf? In die Mitte. Oh Mann, na los. Hier ist es einfach. Hier ist doch einfach als gedacht. So, jetzt hier um die Pogamie. Mann, ich komme doch nicht rüber. Was ist das, du Hundeauge? So. Rotaugen. Letzte Treppe. Nein. Hast du? Nein, nicht das letzte Auge. Ja. Ja, ich habe es. Okay, wir kommen ja auch durchgelaufen. Pass auf, du hast immer ein großes Auge, was uns holen möchte. Oh, unkorrekt, du Großrieseneauge. Ich bin jetzt hier und ich warte jetzt auf dich. Du schaffst das. Ja, das ist kein Problem hier. So, zack. Ja, du kannst aber einfach so vorbeilaufen und so. Ich hatte eben noch ein ganz komisches Auge verfolgt. Ja, mich auch so ein kleines noch, ne? Aber da würde ich drauf gehen, dann war es aber immer weg. Eine Nervensäge. Oh, so, zack, habe ich. Wo muss ich rein hier? Ach so, einfach runterspringen. Okay, geil. Ja, hier unten. Sehr gut. Wir können jetzt nämlich von vorne zum Licht gehen, glaube ich. Mal gucken, ob wir das Licht nutzen können. Ja, wo geht's da hin? Ich glaube, wir können jetzt hier... Ja, guck mal. Ob ich es finde, oder was? Das ist das aggressivste Auge im Spiel, das alle drei Sekunden schaut. Du musst schnell sein, du kannst dich an den Seiten verstecken oder von der sich schnelldrehenden Plattform angetrieben werden. Warte mal, warte mal, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich glaube, man kann hier... Ja, das ist der... Das ist der... Pass auf, das Auge ist da. Das ist richtig schnell. Das ist richtig schnell. Was ist der Trick? Spring, 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 die ganze Zeit, die ganze Zeit springen. Oh mein Gott. Alter. Nein, ich mache genau den richtigen Moment, gehe ich wohin, ey, verdammt. So, hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist echt einfach. Oh! Nein! Du musst dich halt weg... Bei der letzten Plattform musst du dich wegschleudern lassen. Okay. Aua! Es guckt irgendwie für zweimal, ne? Ja, ja, es guckt immer. Ja, was ist? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Level 9. Level 9. Ja, jo. Ey, schau dir mal Level 9 an. Das sieht ja unnormal aus. Oh mein Gott, das sieht krass aus. Okay, direkt runter hier. Jo, wir sind... Oh! Gravitation ist anders. Mond. Oh mein Gott. Hä? Ist alles schwere los? Mond Gravitation. Komm, wir können einfach an der Seite langlaufen. Wie cool ist das denn? Ja, stimmt. Oh, Baby. Hier lang, so. Ey, wir können ja auch durchsprinten, ne? Weil wir haben so kleine Babyaugen, die das jetzt hier so erfolgen. Oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, wie schwer das wird. Alter, die... Hey! Ey, das ist... Alter, hast du dafür fette Augen. Komm schon hier Level 1 nicht weiter. Die sind in der Augen-Galaxie. Wie, du kommst nicht weiter? Ich komm hier schon nicht weiter, weil das so schwer ist. Ich bin hier in einer dicken Augen-Galaxie, Kasper. Zeig mal, warte, ich komm zu dir. Wow! Okay, wo bin ich denn jetzt? Alter, die Riesenaugen. Oh, hoch, hier. Mario-Dingens. Okay, ich hab den checkt, aber ich warte auf dich. Und rein hier! Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir den richtigen Ausgang finden. Der Ausgang? Ich sag jetzt, es ist orange. Ja, oh mein Gott! Hä? Nein, das war's nicht. Äppler, Alter. Das war's nicht, okay. Ich sag jetzt, es ist lila. Lila ist es auch nicht. Okay, blau war es auch nicht. Brau ist es auch nicht. Gelb oder braun oder türkis? Grau ist es, weil wir denn so ausgekackt werden. Pass auf. Äh! Lila, türkis war's! Die türkis war's. Loll, türkis war's. Und jetzt bin ich hier immer so Cowboys. Stimmt. Pass auf, pass auf, pass auf! Okay. Schnell, Kasper. Wir sind in irgendeiner Raumstation. Wir kommen bis zur Wende. Besiegen. Aber sowas von hier, die Cowboy-Augen. Nicht raufgehen, nicht raufgehen, nicht raufgehen. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben jetzt hier kein... Aua. Ey, es ist auf mich gegangen. Oh mein Gott, was ist das denn gewesen? So ein Schwerter-Auge. Ey, der sollte auf dich gehen, weil du auf seinen blöden Tricksrasen gegangen bist. Ja, ich weiß, es wird auch so draufgekommen, aber korrekt, dass er dich dann gekickt. Oh, dann ist er auf mich gegangen. Ja, mein Gott, ey. Ich hab gesagt, ey, das war ich nicht. Alter, die sind voll aggressiv. Ist das wie ein Profi? Alter! Das Schwerter-Auge, los! Ey, der hat mich angekickt, aber das war alles rein hier. Rein hier, und? Oh Gott. Wo sind wir jetzt? Wir haben's, oder? Nee, doch nicht. Also, du stirbst, wenn du das Wasser verlässt, während du Rennen fährst. Du stahlst 60 Sekunden vor dem blauen Auge. Beeil dich. Wenn Blue-Eye nicht da ist, warte bitte auf das nächste Rennen. Okay, Brustanz, du. Blue-Eye, wer soll das sein? Ah. Hä? Okay, komm, los. Wie soll das funktionieren? Jetzt! Alter, ich schwimme wie ein junger Gott. Junge, ich bin voll weit. Ich bin voll weit. Was ist das? Nach oben jetzt. Nein! Nein, das blaue Auge. Mann, was soll das? Alter, jetzt hier nach oben. Wann ist denn der Blow denn? Meint ich mal weg? Nach oben. Wann ist der Blaue denn mal weg? Nach oben. Ich weiß nicht, ich bin einfach reingegangen und hab nach oben geguckt. Ja. Oh, jetzt hier. An den Pfeilen vorbei. Komm schon. Hä, ja, ich brauch gar nicht mehr spielen. Ja, ja, du schaffst das auch. Nein, der Blaue hat mich eingeholt. Nee, ich brauch gar nicht mehr spielen. Ich geh hier nur, ich bin schon das hundertste Mal, dass ich draufgehe. Alter. Jetzt kommen wir nach oben. Ja, also keine Chance. Hier gibt's dann immer ein Auge. Der Blaue, oh, schneller. Es sind voll viele Blaue hier. Ey! Ich muss jetzt hier runter, oder? Wo bin ich? Draus? Ja! Ja! Ja, ich hab's geschafft. Ich muss, ich muss ja überhaupt nicht warten. Hier ist ein Countdown. Wir müssen jetzt gegen ihn kämpfen. Wir sehen uns jetzt hier beim finalen Battle. Oh, let's go! Guck mal, da sind zwei Augenkönig. Und Augenkönigin. Oh ja, und jetzt? Und wir kennen jetzt hier, Alter. Wir müssen jetzt, glaube ich, jetzt absolut. Pass auf, ich hab jetzt einen Schmerz. Ich auch. Ich hab jetzt Angst, was die machen. Ich hab Angst, was die machen jetzt. Oh Gott. Philipp. Philipp. Wer ist Philipp? Ich weiß auch nicht, wer das ist. Da ist der, da ist der. Da kommt der. Oh Gott. Oh mein Gott. Was will der? Alter. Wie sieht der so gruselig aus? Der sieht echt richtig crazy aus, ne? Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Die ist draufgegangen. Nein, halt's auf. Nein. Aber wir haben direkt schon 10% weg. Müssen aber aufpassen. Die saugen, die saugen, die saugen. Pass auf da. Ja, ja. Oh nein. Das müssen wir hier. Achtung. Oh mein Gott. Fast runtergestoßen. Die Augen müssen auf die kleinen Babyaugen gehen. Die ziehen uns zu viel Leben sonst ab, Kaspar. Ach so, okay, okay. Auf den raufgehen. Auf den raufgehen. Oh, ja, ja. Deules Augenfield. Deules Augenfield. So, hab ich den jetzt recht. Ja, haben wir, haben wir. Oh mein Gott. Auf die müssen wir direkt gehen dann. Pass auf, Laser, Laser, Laser. Oh, Laser, Laser, Laser. Mach der denn das Skiauge? BB-Auge, BB-Auge. BB-Auge, BB-Auge. Rauch hauen, rauch hauen, rauch hauen. Guck mal, wie schnell das weggeht. Jawohl. Er wurde halt jetzt weg gelasert von alleine. Ehrlich? Nein, wir müssen weggehauen. Ich glaube, jetzt müssen wir sein Lasern entgegengekommen. Das ist doch kein Friendly Fire. Also jetzt hier, bam, bam, bam. Oh, Laser, komm auf. Er macht immer Breakdance. Jetzt hier oben hauen. Hauen, hauen, hauen. Aua. So. Los, ich draufgegeben. Wir sind jetzt schon 65% weg. Das schaffen wir. Komm schon. Geh weg, geh weg, geh weg. Was macht er? Er macht das heftige Spuck jetzt. Die Geister, die Geister, die Geister. Spuck Action, Spuck Action. Die Augen, Geister. Wenn kein Auge kommen, wir müssen direkt auf das Auge rauf gehen. Damit das gar keine Leben absieht. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Wir gucken, wie viel Leben wir jetzt mehr haben. Ja, stimmt. Hier nochmal. Oh, aua. Okay, das hat weh, das hat weh. Das war Aua. So, zack. Hier. Bam, bam. Immer nach und nach. Immer noch einen mitgehen. 49 Mal nur noch hauen. 49 Mal hauen. Zack. Ja, 45. Bam. Okay. 44, bam. Denk dann, er macht dann wieder Breakdance. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah, hau dich bei dem Huford, du dich sonst runter. Ah ja, okay. Oh Gott. Okay, er spuckt jetzt wieder. Pass auf. Er spuckt jetzt wieder. Der spuckt knapp. Du hast viel mehr Leben als ich. Ein bisschen mehr. Jetzt mal. Zack. Zack, bau auf. Er macht das Leit Breakdance. 30 Mal nur noch hauen. Wenn er Breakdance macht, denk dran. Jetzt macht er irgendwas. Auge, Auge, Auge. Auge, Auge, rauf, Auge. Pass auf. Pass auf. Hilf mir doch. Ja, warte, warte, ich komm, ich komm. Geh weg, geh weg. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt ist es weg, ist weg. Mein Leben ist echt niedrig geworden. Durch, ne? Achtung, er geht irgendwo hin. Breakdance, Breakdance. Achtung, er macht jetzt irgendwas. Er fährt jetzt irgendwo. 23 Mal nur noch hauen. Er fährt hier Formel-Einstrecke oder so. Das kriegen wir jetzt. Pass auf, er wird gleich wieder Breakdance machen. Geh zurück, ja. Geh zurück, geh zurück. Auge, 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 Auge. Kleines Auge, komm, hauen, 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 hauen. Bam. Bam. Aua. Ich bin echt tot. Bam, hau das Auge. Oh, er hat ein schönes Auge. Won it. Ich bin won it. Kaspar Mann, ey. Wir haben ihn fast, Kaspar. Los. Pass auf, er macht Laser. Er macht Laser. Ho, 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 ho. Geh weg, geh weg, geh weg. Er macht Laser, pass auf, pass auf, pass auf. Er macht Laser, er macht Laser. Ich bin auch fast tot schon. Ich bin auch fast tot schon. Jetzt, 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 jetzt. Bam, 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 bam. Du blöde Auge. Bam, 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 bam. Oh, mein Gott. Hau ihn, hauen, hauen. Ein Laser, laser. Laser, laser, hauen. ich habe ihn fast ich habe ihn fast auf einmal noch einmal noch einmal noch das war so lange leute wir haben so lange spielt jetzt sind die einfach alle liebgeworden hier ist der ausgang oh mein gott wir haben es geschafft leute wo sind wir denn? ey wir sind heute wieder da wo wir 25 wege haben um zu sterben oh mein gott wir sollen also drauf gehen und jetzt soll ich einfach nur hier okay ich soll also ein tycoon gründen oder was hier das ding ist guck mal das ist dein tycoon das bedeutet wir haben jetzt hier so ein ziegelstein tycoon und es gibt jetzt gleich verschiedene arten und weisen wie man ja quasi so drauf gehen kann also du musst einmal ganz kurz in die ecke gehen da kannst du nämlich den dropper spawnen dafür bekommst du jetzt geld ich habe jetzt schon 13 14 ok 50 dollar kostet aber der kostet 50 dollar ich habe gar nicht 50 dollar du musst diesen ziegelstein denkst du musst die ziegelsteine natürlich auch herstellen damit du stirbst okay also das ding ist das coole ist jetzt hier ist so ein ziegelstein tycoon und da müsst ihr jetzt einen weg finden wie wir jetzt am besten durch den sterben oh ja genau also ich denke mal dass das schlau ist den doch auszubauen oder nicht und der nächste das kostet 100 also ganz direkt ein paar mal drauf drücken weißt du was ich drücke jetzt hier einfach ganz schnell 100 mal drauf genau das ist und ich habe auch 100 dollar sehr gut ich habe sogar schon 200 dollar so zack dann haben wir noch so einen face giver den man holen muss was für 150 jaja da brauchen wir noch mehr geld das ist ja voll teuer na gut dann kaufen wir den mal für 150 dollar und jetzt haben wir noch red painter was für 500 wie soll man denn da drauf gehen so genug geld gesammelt für den red painter alles klar los geht und was was können wir denn da jetzt holen für robux ja und das ist ja übertrieben teuer wie ist das alles so teuer und wie für die ver... oh mein gott was ist nein ich bin drauf gegangen ich wusste wie wir drauf gehen nein nein da musste ich drauf stehen am ende ne ja ja ok ah ok ok also jetzt level 7 das red painter waren kill blöcke glaube ich so jetzt haben wir level 27 ja erreiche ist 3 versprechen das hä wie ist das was steht denn da ich kann es gar nicht lesen ich kann es auch nicht lesen also wir müssen jetzt anscheinend hier oben hier oben müssen wir das erreichen ah den block ok und dann hier guck mal ah und hier auf den ball beim schieben den ball beim aufsteigen mit dem shift block nach hinten ok ah wie sollen wir uns den ball jetzt holen können wir den eisblock verschieben wir können den eisblock verschieben ok und damit können wir uns jetzt den ball hochschieben ich glaube warte mal ich glaube den eisblock müssen wir zack 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 wir müssen hier hochschieben glaube ich was heißt nein 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 wir müssen den ball hochschieben wir müssen den eisblock benutzen um den ball da runter zu bekommen oder nicht pass mal auf wir müssen den eisblock hochschieben pass auf ach so stimmt du hast recht hoffentlich auf jeden fall das ist nämlich grad echt schwierig ich muss die anderen mal ausblenden lassen ich will mal aber zuerst den ball runter holen ne denk dran zuerst den ball runter holen aber wie denn wie denn den eisblock einfach hinstellen dann kannst du hoch springen kann ich grad machen jetzt ich drück ihn auch grad rein ok sehr gut sehr gut und jetzt kann man den ball warte mal ich weiß aber wohin der muss der eisblock ne der muss in diese eine ecke siehst du das auch in welche ecke der muss sich dann warte mal du musst ihn zweimal umschieben lol wie zweimal umschieben du musst ihn umschieben also zuerst als allererstes muss der in diese eine lücke da bei der schrift danach muss der nochmal in eine andere lücke ach ne warte mal wir müssen den ball nutzen ja um da oben hoch zu kommen das weiß ich doch aber wir müssen erstmal den eisblock auch benutzen um über die lücken rüber zu kommen warte mal ich schieb den jetzt hier nicht auf die rampe sondern ich schieb den jetzt genau da rein wie du es meintest ich habe den eisblock auf jeden fall passiert ich nehme jetzt mal den ball und jetzt soll ich mich auf den ball drauf stellen und jetzt shift drücken und jetzt kann ich den steuern was jetzt ist mein ball wieder oben ach verdammt wie du kannst den ball steuern das ist ja voll schwer mit dem ball jetzt wie soll das denn so ich weiß ich weiß da muss man es richtig grübeln so jetzt kommt der eisblock einmal hier zwischen ich habe den ball schon mal oben gerade hingestellt das war ganz leicht shift lock so guck mal mein ball ist jetzt hier in der ecke und jetzt stelle ich mich vor den ball ja und dann muss er noch was haben und jetzt muss ich ihn einfach rückwärts rückwärts hochdingsen hä wie meinst du rückwärts hochdingsen kannst du den so greifen oder was ne ich gehe rückwärts mit meinem rücken schiebe ich ihn einfach ach was ah ok und jetzt geht er weiter hier geradeaus und dann muss ich ihn kurz kurz in die ecke sperren so ich muss den eisblock hier und verschiebe den jetzt oh man die rollt immer wieder runter die blöde kugel ja du musst die mit der wand benutzen die wand musst du gegen die wand drücken ey das ist ja voll schwer nein die kugel ist übertrieben leicht das war voll schwer die rollt immer wieder runter das blöde teil ne das ist voll einfach so und jetzt kommt mein eisblock hier kurz rein ich habe ein bisschen angst wenn ich jetzt hier rüber gehe hast du den eisblock genau perfekt reingeschoben so ok was meinst du hast du ihn perfekt hier in die lücke reingeschoben oder wie hast du ihn reingeschoben ja ja also so jetzt komme ich hier rüber jetzt kann ich meine kugel ja dass er perfekt hier reinpasst oder was die darf jetzt nicht runterfallen hat er perfekt hier reingepasst ja genau genau ja das nutzt du als brücke einfach so und jetzt kann ich die kugel hier vorne machen und jetzt kann ich die einfach nutzen und äh ja ich gehe drauf ok ich habe es geschafft Kasper sehr gut dirb am knistern am knistern was sagt denn der typ hier sagt er das oder was mein Lieblingsspiel ist Roblox äh fortnite tänze was damit hey lol ich habe mich abgeballert oder sowas we like fortnite we like fortnite hallo was aua mich auch keine Ahnung was da jetzt grad war ok Bananenschale ich platziere die einfach mal und jetzt kann ich drauf ausrutschen ich schaden dadurch muss man runterfallen dadurch oder wie nein ich bin runtergefallen durch die Bananenschale oh nein nein wie sowas kommt als wow das kleinere Fenster oh nein das geht doch gar nicht ah warte mal ne guck mal hier der Block der redet doch schon wieder der der ohja der redet doch schon wieder ich dachte grad schon hätten wir durch dieses kleine Fenster gewusst ne warte mal mhm drücke F um den um das Skateboard abzubauen wie macht man das drücke F um den Skateboard abzubauen hä wie hat denn der wie hat der das jetzt da rüber geschafft ja aber das ist voll schwer hier drüben wie abzubauen hä lol ich hab's ich hab's du musst einfach hier an die Wand gehen du musst jetzt F drücken ahhhh ich hab's durchgeschafft ich musste das sofort mal platzieren wie hast du das denn jetzt durchgeschafft ach lol ja sehr gut so und jetzt einfach hier straub gehen und weiter geht ja das war ja eigentlich richtig leicht äh wo sind wir denn jetzt oh ok was sagt denn hier nicht dieser Sound kennst du diesen Sound dieses jaja aaaaaa aua aa aaa 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 Oh, ich fand's ein, ich fand's... Nein, nein, nein! Es haut ab. Warte, wir müssen's gegen die Wand locken. Ey! Lass zusammen locken, lass zusammen machen, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt, 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 jetzt. Ah! Nein, was soll das? Ich war so mal dran gerade. Ey, komm schon. Warte, du bist ja von rechts, ich geh ein bisschen weiter. Einsperren. Ähm, ja, lockt weiter, lockt weiter, alles gut. Zurück die Wand dagegen. Ich schieb das Ding, ja. Jetzt aber! Ja! Nein, ey, ich war so noch dran. Nein, du musst es gegen die Wand drücken. Mach ich gerade schon, aber drück die Wand einfach weg. Bleib stehen, du blödes Ding. Du schaffst das schon, ich gucke mir das hier schon mal wieder an. Schauspielsass steht hier. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist immer noch nicht. Nee, ich verfolge gerade den ganzen Kreis. Jetzt aber. Oh Mann, ey. So, ich habe es geschafft. So, okay. Leib stehen, Schauspielsass. Schauspielsass. Also irgendwas, ich habe hier gerade schon ein bisschen rumgeguckt. Irgendwas ist hier ganz, ganz komisch. Und ich habe hier eine Sache entdeckt. Mal gucken, ob du es auch siehst. Und zwar hier hinten in der Ecke ist ein Sheriff. Ich glaube, die drehen hier gerade irgendwas. Und ich komme mit dem reden. Ja. Oh. Was sagt der? Er zieht durch. Geh nicht in die Nähe von mir. Was sagt der jetzt hier? Oh, er sagt, geh nicht in die Nähe von mir, hat er zu mir gesagt hier. Hä, ist jetzt gerade noch irgendwas draufgeschoben? Lass dich verfolgen, lass dich verfolgen, lass dich verfolgen. Stehen bleiben, Sheriff. Was hat er da, was hat er da gefunden? Weiß es nicht genau. Was macht denn der? Der zieht jetzt wieder durch. Irgendwelche krassen Moves oder so. Ja, er hat mich abgeschossen. Was? Ja, ja. Wieso hat er nun mich abgeschossen? Oh mein Gott, wieso denn nicht auf mich? Wieso geht er nicht auf mich? Jetzt geht er wieder am Anfang. Das glaube ich nicht. Oh Gott, das nächste Level ist übertrieben schwer. Was ist? Bist du schon ein Hörer oder was? Ein Hörer, ein Hörer, ein Hörer. Ich auch? Ich auch? Noch ein Hörer, noch ein Hörer, noch ein Hörer. Noch ein Hörer. Noch ein Hörer. Nein, du warst schon im Weg oder sowas. Spring doch. Aua. Ja, ich hab den Killbrick berührt. Okay, sehr, sehr gut. Ich muss auch noch nach oben kommen. Oha, was ist denn jetzt hier? Fizzli, Würste, Papier und Käse. Müssen wir mit Pizza machen, ne? Nee, oder? Müssen wir mit Pizza machen? Doch, klar, oder nicht? Hier oder was? Mal sehen, wo es hingeht. Heißer. Warte mal. Sicher, dass wir Pizza machen müssen? Ich kann nicht die Türchen alle öffnen. Hier hin. Die müssen wir in den Ofen reingehen. Hätte ich gedacht. Hä? Oh mein Gott, du brennst. Oh mein Gott, du brennst. Hilfe. Oh nein. Wir werden zur Pizza. Hau das Ding auf, ey. Ich wurde zur Pizza gemacht, ne? Das war's. Ja, ich auch. Wir haben jetzt um 30 kleine Duschpause. Oh. Oh, das gibt Schaden. Das gibt Schaden. Oh, das gibt sehr, sehr viel Schaden. Schön hier in der Badewanne. Schön hier durchbaden hier mit dem Schaden. Und dieser Weg ist auf. Oh, Killie. Und wir brauchen jetzt hier... Pass auf, warte mal. Wir haben jetzt hier den blauen Schlüssel, um das jetzt aufzumachen hier. Ja, so. Zack, haben wir am Start. So, dann brauchen wir jetzt hier einen gelben Schlüssel anscheinend. Ja, ich hab ne Idee. Du musst wieder runter in den Keller gehen. Da ist ein Hocker. Und den kannst du, kann ich jetzt nehmen. Platzier den. Und jetzt kann ich da rauf. Und jetzt kann ich den nehmen. Das ist clever. Ah, okay. Okay, und jetzt kommen wir heute Hocker. Oh, jetzt mache ich den Schül auf. Ja. Zack, und jetzt ist hier der Fernseher. Und hier ist der Schlüssel der grüne. Der gelbe... Warum geht das nicht auf? Hä? Ah, jetzt. Der grüne Schlüssel ist für was? Der grüne Schlüssel ist unten. Unten für den Save. Da ist bestimmt so ein Killblock oder was drin. Ah, das kann sein. Stimmt. Hier machen wir einmal auf. So, und da ist jetzt ein Hammer. Ne, ein Hammer ist da jetzt. Und mit dem Hammer können wir jetzt, glaube ich, hier... Ja. Die Sicherung raushauen, ne? Oder sowas? Und jetzt können wir hier das Schlüsselding holen. Die Sicherung aufmachen. Und, oh mein Gott, da ist, äh, Killpiggy. Kikipigy oder was? Oh mein Gott, was soll das denn jetzt? Übersetze diesen Satz in Ruhe. Gesundheit ist gleich null. Mal gucken, wo wir das jetzt gehen. Oh, du hast recht gehabt. Wir haben das Spiel vergessen. Oh, oh Gott. Die Bombe soll uns wegschleudern oder was? Oh. Ey, die soll uns durchs Loch durchhauen irgendwie. Ist aber nicht so leicht. Durch das Loch da oben. Ja, ja. Das kann ja was werden. Oh. Aber du musst nämlich jemanden hochspringen. So. Oh, ja. Fast geschafft. Ich hab's. Halt's auf. Ich hab's. Ich hab's herk geschafft. Oh mein Gott, Glück gehabt. Ich schaff's gleich. Ich schaff's gleich. Alter, ich bin kerzengerade hoch. Ja. Sehr gut. Jetzt können wir hier einfach runterspringen, glaube ich. Einfach runterspringen. Ich schieße mir eine Bombe zum nächsten Ding. Mal gucken. Oh mein Gott, das wäre auch krass, ja. Oh, ich hab's geschafft. Sehr gut. Ich hab's geschafft. Das Wasser leck. Das Wasser leck. Das Wasser leck. Es fühlt sich alles mit Wasser. Oh nein. Wir müssen diese Löcher-Dingsen, Löcher stopfen. Oder halt nicht stopfen. Oder halt nicht stopfen. Oh, wir müssen ihn stoppen. Wir müssen ihn stoppen. Ach so. Aha. Bleib mal stehen, Kollege Spielstuhl. Du musst hier gar nichts stopfen. Wir wollen drauf gehen, Kollege. Auf damit. So, schön wegschieben hier. Zack. Er ist stark. Warum ist er so stark? Aber das fühlt sich bei mir gar nicht. Ah, bei mir schon. Aber richtig langsam. Nein. Richtig, richtig. Hau ab da jetzt. Er will wieder, er will wieder. Wir müssen ihn stoppen. Er hat zwei auf einmal gefixt. Alter, was macht der? Er ist der Snoopy. Er ist Bob, der Baumeister. Ja, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Los geht's. Und. Ich bin auch drauf gegangen. Du auch. Okay, sehr gut. Was ist schlimmer als die Backrooms? Shift drücken, um zu laufen. Ich mach auf hier. Fahrstuhl nehmen. Zack. Fahrstuhl nehmen. Oh, Lauf, Kaspar, Lauf. Lauf. Ich hab Angst, dass hier irgendwas ist. Rechtsrum, oder? Bist du rechts rum? Ja, ja. Oder Licht folgen, Licht folgen. Licht folgen einfach. Licht folgen. Ist glaube ich nicht verkehrt. Ich bin auch nicht am Sprinten mit L-Shift, sondern hier wieder rum. Ja, ja, ich spieh's die ganze Zeit durch. Hier wieder um die Ecke hier. Ich bin auch die ganze Zeit am Sprinten. Oh, jetzt lang. Oh, hier hinten, würde ich sagen. Hier lang, ja, ja. Das Licht folgen auf jeden Fall. Ja. Oh Gott, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wir sind zu dem Ding. Hier vorne. Wir müssen uns holen. Hier vorne. Hier vorne. Das habe ich auch geholt jetzt hier. Das Backroom ist Brasilien-Monster oder so. Hey, bist du fit, um zu passen? Wie siehst denn du aus? Hä? Los. Wir müssen weiter. Wir trainieren heute den ganzen Tag. Ich werde so dick, dass ich hier durch diesen Block durchglische. Ich werde immer stärker. Durch welches Loch denn? Pass auf, hier. Durch diesen Block meine ich. Boom. Welchen Block meinst du? Ich werde da zu dick für den Block hier sein, dass ich durchglische. Für den ganzen Block, Alter. Oh mein Gott. Wie viel. Oh mein Gott. Guck mal, was für die Tiere wir werden. Ja, ja. Wir werden gleich unnormal fett. Guck mal, ich werde schon mal fetter. Was sind wir für krasse Maschinen, Alter. Junge, das geht ja richtig ab. Oh, ich werde gleich richtig dick werden. Pass auf, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm ich hier schon raus ein bisschen aus dem Block? Nee, nee. Wir müssen so dick werden, dass wir so rausbacken einfach. Alter. Oh mein Gott. Ein noch. Ein noch, würde ich sagen, ja. Ein noch und. Ich drücke so doll, wie ich kann und. Oh, noch einer, noch einer, noch einer. Was passiert? Noch einer. Ich glaube, noch einer, oder? Ich sehe gar nichts mehr. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich fall auch runter. Ich bin total dick gewesen. Ich auch. Wow, was hat er gemacht? Oh mein Gott. Ich hab's. Ich hab's auch. Nee, er hat's. Doch, ich hab's auch. Ich bin drauf gegangen, Leute. Ich hab's auch. Ich hatte Glück gehabt. Ich auch. Weißt du, was man machen musste? Was denn? Man musste mit der Maus um den Join Group Button rumgehen mit dem roten Kreis. Ach, als ob. Oh nein, jetzt ändert sich das Labyrinth. Dieses Level ist wie 5 mal härter als Level 9. Also trinke dich hier, wenn du aufgehen möchtest. Wie soll's? Ey, ja, das möchte ich. Ja, mach ich auch. Ich mach mich ertrinken. Ja, einfach. Hä? Ah, lol. Hä? Jawohl. Das dauert auch voll lange jetzt. Ich ertrinke gerade. Ich auch. Ey, das ist ja voll clever. Das Deckenloch. Ja. Aber man hätte es auch anders schaffen können anscheinend. Aber. Okay, also wenn es mega schwer ist, dann kann man hier so notlich ertrinken. Okay. Ja, wir ertrinken uns einfach. So, schön jetzt hier. Gluck, 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 gluck. Auch gleich fast geschafft. Ah, und draufgegangen. Ja. Ich auch. Okay, weiter geht's. Wo sind wir jetzt hier? Aufgereinigt. In diesem Level musst du in einer Kabine bleiben, um dich in den Charakter darin zu verwandeln und zu warten, bis der Reiniger kommt. Aber ich mag er nicht. Ich nehme einfach mal Flamingo hier, diesen Typen hier. Ich bin Flamingo. Da kommt der Reiniger. Ich nehme jetzt hier den Troll. Oh mein Gott, da kommt der und mag er mich. Wo ist der Reiniger? Hast du gemacht? Oh mein Gott. Oh, er hat mich gekillt. Er hat mich weggelasert. Hä? Noll. Ich habe Flamingo genommen. Hallo, lasere mich auch mal weg. Ich bin doof. Hallo? Was ist das jetzt hier? Der macht nichts. Ja, dann musst du einen anderen nehmen. Hast du Flamingo genommen? Hä, der hat den Weg gelasert, aber es ist durch mich durchgegangen. Hier, kill mich, kill mich. Jawohl, schieß mich ab mit dem Laser. Sehr gut. Und jetzt sind wir einfach... Jetzt war es ein anderer, der hat mich nicht weggelasert. Los, schieß mich ab jetzt hier, kleine Lisa. Schieß mich ab. Los. Ja, komm schon. Ja, ich wurde geholt. Ich wurde auch weggelasert. Wo bist du jetzt hier? Sehr gut, endlich. Und jetzt bin ich hier ein Baby und wir müssen hier nämlich... Bitte adoptier mich. Bitte, ich will adoptiert werden. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, ich adoptier mich. Ja, und dann, wenn wir adoptiert sind, dann werden wir hier rausgebracht, ne? Genau, genau, genau. So, deswegen würde ich sagen, hier, bitte. Ich brauche Eltern, ich brauche Eltern, Hilfe. Ich glaube, ich muss... Ja, ja, der hat mich. Und jetzt, bring mich raus. Ja, oh mein Gott, der bringt mich. Der hat mich einfach genommen. Der nimmt mich jetzt. Was, der nimmt mich jetzt? Was, der nimmt mich jetzt in so einer Krippe drin, oder was? Nein, 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 nein. Ich muss einfach mit allen einmal reden. Und irgendwann, irgendeiner nimmt dich dann. Okay. Hä, was macht der? Der lässt mich ins Wasser fallen, der Ehrenlose. Was? Ich ertränke. Der hat ein Baby von einer Brücke geworfen. Was soll das? Ich bitte gerade die alle um mich adoptieren, bitte. Ja, du musst aber noch Glück haben, weil es kann auch sein, dass er dich wirklich zum Hort bringt, oder nach Hause bringt. Ja, das wollen wir natürlich nicht, ne? Hallo, adoptiert mich. Die gehen alle nicht zu mir. Ey, lass mich runter. Lass mich runter. Sehr gut. Er bringt mich jetzt hier... Wo bringt der mich hin? Auf die Brücke, ne? Oh nein, er bringt mich auf die Brücke. Was macht er jetzt? Guckt er zum Wasser? Guckt er zum Wasser? Nein. Hör auf, der macht mich. Ey. Ja, sehr gut. So soll es sein. Und jetzt ertrinkst du. Alter, der hat mich einfach von der Dix geworfen. Und jetzt, guck mal, müssen wir hier hochklettern für eine krasse Achterbahnfahrt. Da bin ich ja mal gespannt, was da kommt. Äh, okay. Mega viel Spaß. Click to vegan cart. Und jetzt? Hä, du darfst die Geschwindigkeit was... Okay, warte mal hier. Hä? Oh mein Gott, da unten ist eins. Ja, ich hab's. Komm runter, schnell. Komm rein, geh bei mir. Ja. Okay. Hä? Und? Abflug. Mach Fullspeed. Mach Fullspeed. Wir müssen runterfallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, man kann aber rückwärts ganz schnell fahren. Noch schneller. Noch schneller, noch schneller, noch schneller. Ich werd' ganz schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war's einfach. Ey, das war klar. Also, das ist schon ein bisschen troll-mäßig, ne? Wähl dein Lieblings-Gutuber. Äh, oh mein Gott, ich kenn die alle nicht. Der ist cool. Äh, ich nehm hier... Was? Ih, den hast du genommen? Sketch? Oh mein Gott. Hä? Tot. Ich klicke hier. Was macht der? Nein, der begrebt mich. Ich hab nichts mehr zu sagen. Ey. Oh mein Gott, was? Weil er... Ach, Leute, weil ich ihn nicht gewählt habe, oder was? Hilfe, ich hab... Oh mein Gott, das war's mit mir. Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Du hast uns auch geholt, ne? Ja, ich bin auch draufgegangen. Oh nein. Oh mein Gott, das letzte Level. Alter, das Ding ist richtig schwer. Das letzte Level. Dann müsst ihr jetzt probieren. Ich hab's. Haha, wie schnell ging das denn? Lol, ich hab's auch, hä? Lol, es war ja richtig easy. Und runter springen. Oh mein Gott, ich... Ich fall runter. Das war's einfach. Wie krass. Ey, wir haben einfach alle 50 Level jetzt geschafft, ne? Sehr gut. Jooh. Guck dir die ganzen Mäuse an, wie das aussieht. Wir sind einfach selber Mäuse. Wir sind nämlich gerade im Mauseloch. Mäuseeloch. Guck mal, ich bin auch eine Maus. Alter, warte, ich will auch eine sein. Zack, die nehm ich hier. Komm, wir gehen los. Warte mal, ihr müsst jetzt den roten Schlüssel nehmen, oder was? Ja, den nimmst du. Und jetzt, komm mal mit hier. Wir müssen nämlich aufpassen, meine Katze. Ja. Meine Katze, Gary. Oh Gott, da ist sie. Oh Gott, die ist nämlich komplett verrückt. Schnell hier. Die ist ja richtig groß. Die ist ja richtig wütend. Mit dem roten Schlüssel. Ja, ja, die ist nicht... Guck mal, der frisst die Mäuse auf. Alter. Hier, schnell rein, hier rein, hier rein. Hier müssen wir reingehen. Genau, genau, ins rote Loch hier. Oh, und hier können wir jetzt hier durchgehen und in den nächsten Raum gehen, ne? Oh mein Gott. Ja, jetzt geht's weiter hier. Und wo geht's jetzt hin? Ich glaube, wir müssen jetzt hier an der richtig dicken Maus vorbei. Oh mein Gott, du hast recht. Aber die darf uns nicht killen, ne? Ich weiß, ich weiß. Die du links, ich gehe rechts. Die macht gerade Moonwalk. Ich gehe gerade links. Oh, vorsichtig. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, die tanzt da gerade und will uns jetzt gleich... Die sieht gruselig aus. Die ist voll eklig. Die ist voll eklig. Oh, jetzt haben wir... Die lacht so ganz komisch. Guck mal, hier ist der orange Schlüssel. Hätte man das berühren dürfen, diesen Strich? Äh, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, lieber nicht. Lieber nicht. Ja, will ich auch nicht ausprobieren. Also, du weißt ja, orange Schlüssel, der muss natürlich auch ins orange Schlüssel laufen. Ey, hä, ich bin... Was los? Bist du auch wieder hier neben mir? Ja, ja. Wir sind doch am Anfang oder nicht? Ja, ja, wir spawnen immer wieder hier am Anfang rein. Ah, okay. Und jetzt müssen wir aufpassen auf die Katze und das orange Schlüssel noch finden. Ich sehe doch, das sehe ich doch da drüben. Nein, es gibt zwei verschiedene. Okay, es gibt zwei verschiedene. Ach, und dann... Es gibt nicht nur zwei verschiedene, es gibt ganz viele verschiedene. Da rechts ist es, rechts hinten. Rechts hinten. Ja, wir haben doch zwei. Hinter die rechts. Oh, das ist das gelbe. Gelbe ist, Mann. Das ist ein gelbes. Ah. Kannst du die Farben überhaupt sehen? Wir müssen den zu orange. Oh Gott, die Katze kommt auf mich. Die Katze kommt auf mich. Ja, du kannst dich zur Not, kannst du dich auch im Mauseloch verstecken hier. Ah! Was los? Die Katze! Lauf! Was machst du? Hinter mir! Sieh zu, was machst du denn? Ja, ich dachte erst, gelb ist das Richtige. Ey, jetzt muss ich mir orange wiederholen. Ja, jetzt musst du das nochmal machen von vorne. Hey, aber das Ding ist, die Katze hat ja auch mich verfolgt nicht dicht. Du hast ja, du hast ja das Richtige. Ja, ich habe aber gesagt, geh nicht zu gelb, sondern geh zu orange. Du Farbenblinder. Dann bin ich auch zu orange. Kauf dir mal eine Farbenbrille. Kannst du nicht das Orange für mich aufmachen? Ne, das geht nicht. Es geht immer nur für einen selber. Boah, weißt du das? Habe ich schon ausprobiert. Ich habe es schon mal gespielt. Na gut, warte. Ich hole ganz kurz hier den Orangeschlüssel. Ja, mach mal. So, ich habe meine Orangeschlüssel wieder, du Doofberger. Ja, wo bist du denn jetzt? Ja, ich glaube jetzt ganz schnell gerade zur Orangentür. Ja, hier bin ich. Hier bin ich. So, dann komm mal mit hier und dann müssen wir hier jetzt ins Orangene Schloss auch rein. Schaffe ich auch. Easy peasy. So, zack, aufgeschlossen. Mauseloch ist freigeschaltet. Komm mal rein hier. Okay, jetzt müssen wir so eine Obby machen wieder. Oh mein Gott, okay. Du darfst halt echt nicht drauf gehen. Oh Gott. Das ist ja was für dich, ne? Das ist ja echt was für dich. Das ist ja echt was für mich. Aber ich sage dir, ich bin ge... Wow, der ist gerade gestorben. Das Verrückte ist, wenn man da jetzt drauf... Alter. Oh mein Gott. Man ist ja gar nicht... Man ist ja Dingens. Ja, ja, man ist nicht unsichtbar. Deswegen darf immer nur einer das machen sozusagen. Alter, die sollen wir abbauen jetzt hier. Alter, sind alle runtergefallen. Oh nein. Du auch? Nein, nein, ich nicht. Und hier liegt der gelbe Schlüssel. Jahu. Ich habe ihn. Sehr gut. So, zack. Gelber Schlüssel am Start. Komm rüber hier, komm. So. Okay, ich habe auch den gelben Schlüssel. Okay, sehr, sehr gut. Wir gehen wieder zurück nach Hause. Und jetzt können wir den... Ich weiß auch, wo wir den gelben Schlüssel verwenden müssen. Ja, jetzt ist ja klar, dass du es weißt. Du warst da ja eben gefühlt schon. Lass rechts lang. Lass rechts lang, oder? Die Katze ist da. Ja, okay, lass rechts rum gehen. Ist ja auch in einem Lappen. Warum sind hier so Hunden in der Abbringer? Sind hier noch Hunde? Das sind Katze, sag mal. Du siehst doch, dass die Katze viel zu groß ist. Ja, aber die Katze hat viel zu groß in den Nappen. Oder ist da noch ein grünes Loch? Lila, ne? Ja, es gibt noch einige Farben, die wir machen müssen. Es gibt noch einige Farben. Okay, ich verstehe. Das ist echt sehr, sehr groß. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir am Ende müssen wir sowas hochklettern. Und wenn man da runterfällt, dann brauchst du den letzten Schlüssel. Und wenn du da dann runterfällst, dann bist du einfach... Boah, okay, das ist halt richtig crazy. So, dann jetzt hier, schack rein. Und... Okay, so, wieder eine Obby. Oh nein. Um Gottes Willen. Oh, das kann ja nicht richtig fertig sein. Okay, aber die sind ja eigentlich ziemlich easy, würde ich sagen. So, hier rüber. Ja, wenn da nicht Leute kommen und mich blockieren, dann geht das ja. So, hier rüber. Und hier ist der grüne Schlüssel. Ja, bei mir hängst du noch. So, okay, ich bin auch. Ich bin auch. Ich bin auch den grünen Schlüssel. Sehr gut. So, den grünen Schlüssel. Ich weiß auch schon, wo der hin muss. Der muss, glaube ich, da hinten. Siehst du, das Mäuselloch auf der anderen Seite. Wir müssen hochgehen. Ne, ne, ich glaube nämlich jetzt noch nicht. Ich glaube, wir müssen ins Mäuselloch auf der anderen Seite hier. Ich glaube, da ist die grüne Tür drin versteckt. Auf der anderen Seite? Hier bei mir. Wo bist du? Ja, weil da oben ist doch ein grüner Schlüssel. Wo ist ein grünes Schloss? Wo hast du ein grünes Schloss gesehen? Ja, ja. Da oben hochklettern oder was? Ne, da oben ist ein grünes Schloss. Ne, stimmt. Hier ist nichts. Ja, dann hast du recht gehabt. Sorry. Also echt. Du Katzen-Experte. Ja, was? Ist ja so. Bist du jetzt hier? Okay, sehr gut. Ja, ja, ja. Wir sind denn so schnell da hingekommen. Ich bin links lang. Du bist ja voll rechts außen voll den Umweg gelaufen. Gar nicht. Ich bin doch gleichzeitig da. Sonst kriegst du falsch, Charles. Dann gehst du auch drauf. Ne, ich will nicht drauf gehen. Versteht hier irgendwas? Zu tun-Liste. Kaufe mehr Katzenfutter, hol dir einen neuen Stuhl aus Jordanien, Entwicklerspiel auf oben Hausaufgaben erledigen. No, ich hasse Hausaufgaben. Guck mal hier. Das hast du auch Hausaufgaben. Hier steht das Hass. Ne, moin. Das ist aus Among Us. Warte mal, und hier ist, glaube ich. Ja, guck mal, hier ist noch ein weißer Schlüssel. Den brauchen wir nachher, um zu entkommen. Oh, warte mal. Hier hinter der Tasse ist der. Stimmt, den nehme ich dann auf jeden Fall direkt mit. Aber dafür müsstest du erst alle anderen Schlüssellöcher öffnen. Also, dann lass mal hier die Tasse nutzen. Bisschen schwieriger hier. Bisschen schwieriger. Jetzt darfst du, wenn du jetzt runterfällst, dann war es das mit dir, ne? Ich falle nicht runter. Dann musst du alle Schlüsse nochmal neu machen. Ich bin doch kein Amateur. Ja, gut, ich wollte ja nur sagen. Also, hier grün machen wir auf, gehen wir rein. Ha, ich wusste, dass man da durch muss. Oh nein. Wo ist man sonst? Oh nein. Hier ist auch eine Maus im Labyrinth, ne? Eine Maus? Hier ist eine Sackgasse. Läufst du lang? Wo läufst du lang? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Guck mal links, rechts. Muss es irgendwo einen Ausgang geben? Ich denke mal, der wird weit hinten sein, ne? Ja, hier hinten. Da steht was. Käse, Mäuse. Käse und Mäuse. Oh oh. Ne, Katze und Maus. Ich weiß. Katze und Maus. Aber warte mal, wenn hier Schrift ist, sonst ist das schon mal korrekt. Ah, da ist sie. Lauf zurück. Wo denn? Wie schneller als ich. Alter. Oh mein Gott, die killt mich. Nein. Hilfe. Nein. Nein, nein, nein. Die lag bei mir. Ich komm, ich komm, ich komm. Die lag bei mir. Du lagst bei mir auch. Du lagst bei mir auch. Ich lauf weiter. Ich lauf weiter. Hä, wo bin ich? Oh mein Gott, wir wurden resettet. Die hat es so gut. Ja, aber wir sind nicht draufgegangen. Wir sind nicht komplett draufgegangen. Okay, okay. Dann lass mal rechts rum gehen. Hier lang ist der Weg. Ja, ich glaub rechts rum war besser. Hä, das war voll wack. Die hab ich gar nicht gesehen. Auf einmal lag das voll. Äh, ich glaub rechts rum ist schlau. Sackgasse. Nein, okay. Ich hab's getrinkt. Nein, hi hi. Okay, warte mal. Dann gehen wir hier lang. Aber ich glaub rechts rum ist generell schlau. Wir können es also, da ist die Schrift wieder. Da müssen wir lang. Sicher? Bist du dir sicher? Ja, ja. Oh mein Gott, ich höre die Katze. Nein, ich bin in der ultimativen Sackgasse gelandet. Ich höre die Katze rumlaufen. Wo wüsst du denn? Ja, 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 ja. Ich hab mich rechts orientiert bei dem... Oh nein. Jetzt muss ich wieder links laufen. Wo bin ich denn jetzt lang? Hier steht was kalt. Ah, die Katze ist bei mir. Dann ist das bestimmt der falsche Weg hier. Die Katze ist bei mir, die Katze ist bei mir. Ich glaub jetzt hier lang. Ja, das ist gut. Dann ist sie nicht bei mir. Ich glaub jetzt hier lang. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Ich glaub ich bin richtig hier. Also ich bin jetzt echt in so einem richtig... Hier steht kalt. Ja, hier ist der Ausgang. Ja, ja, kalt ist richtig, kalt ist richtig. Und dann muss man dann laufen, oder was? Nach Gefühl, nach Gefühl. Und dann rechts rum weiter, oder was? Ja, 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 ich komm dir wieder ein bisschen entgegen. Dann müsstest du hier gleich kommen. Ah! Ja, da bist du. Sehr gut. Und der blaue Schlüssel, der blaue Schlüssel liegt auch hier vorne. Ehrlich? Okay, warte mal. Du musst dir wirklich einsammeln. Da hier links. Okay, sehr gut. Die Katze, die haben wir gedingen. Du hast es. Ja, der war aber anders abgangen. Okay, sehr gut. Aber weißt du, was das jetzt das Problem ist? Ich hab die blaue Tür eben schon gesehen. Die ist nämlich auf dem Regal, wo wir eben hochgeliefert sind. Und zwar ganz oben. Und da muss man erst mal hinkommen. Aber das Ding ist, ich hab halt auch noch so eine lila Tür gesehen, ne? Ja, ich glaube, die kommt nach dem blauen. Oha. Okay, du läufst jetzt sogar links rum. Ich glaube, wir sind jetzt rechts rum. Ja, ja, ich glaube, links rum ist hier in diesem Fall schlauer, weil die da festhängt, die Katze. Die ist viel zu blöd, weil Katzen blöd sind. Ja, aber ich bin noch schneller an dem Ding dran. Das war so von dir da lang zu laufen. Wieso hat die Katze sich gerade hingelegt? Das ist auch nicht. Gleich schnell. Was willst du denn? Voll gleich schnell. Du bist gleich unten, wenn ich schon oben bin. Haus rein. Wahrscheinlich bist du schon oben. Ja, ich bin jetzt oben. Ja, ich bin auch jetzt oben. Hat sich die Liste geändert? Nee, nee. Wir müssen noch dieselben Dinge erledigen. Wir müssen da jetzt hochklettern auf die zweite Etage, glaube ich. Ja, ich sehe auch hoch. Da musst du auf jeden Fall mega aufpassen, dass man nicht runterfällt, ne? Da muss man mega aufpassen. Ach, wir fallen schon nicht runter. Du lagst voll bei mir. Nee, ich bin ja optimal hier unterwegs, ne? Ich bin der Katze. Warte mal. Ja, du stehst bei mir auf der Stelle. Was machst du denn? Wo bist du? Okay, ich bin jetzt auf so Büchern. Oh Gott. Okay, ich bin auf der zweiten Etage. Und hier soll jetzt anscheinend eine blaue Tür sein, oder was? Ja, die muss hier irgendwo zwischen sein, zwischen den Büchern oder sowas. Gucken wir mal ganz kurz. Es kann auch sein, dass die hier nicht ist. Oh nee, wir können hier hochklettern. Okay, ich bin jetzt ganz oben, aber ich sehe hier keine blaue Tür. Was für eine Tür ist denn da? Ist da irgendeine andere Tür? Äh, oh Gott. Das kann... Oh mein Gott. Ich bin da fast runtergefallen. Ist da überhaupt eine Tür, oder was? Ich muss nochmal... Da ist die Lieder in die Tür. Das ist falsch, das ist falsch. Die blaue Tür muss woanders sein. Die muss woanders sein? Die muss woanders sein. Die ist hier nicht oben. Die ist hier nicht oben. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Wo könnte denn die blaue sein? Haben wir irgendwas übersehen? Äh, ich glaube, dass die in einem Mauseloch drin ist. Die muss in einem dieser Mauseloch. In so einem Mauseloch? Ja, ja. Ich glaube, die ist da drin irgendwo. Nein, die ist hier. Wo? Yo. Aber ich habe Angst, da rüber zu springen. Waaah, Geronimo. Oh mein Gott, okay. Ich habe ein bisschen Scham gegeben, aber das ist nicht schlimm. Ich habe keinen Scham bekommen. So, blauer Schlüssel. Hier rein damit, auf geht's. Aber guck mal, du hast mir gerade aufgemacht. Ach was, ich habe dir aufgemacht? Ja, ja. Oh nein. Oh nein. Das fiel bei Katastis Kassel. Sprung. Oh Gott. Ich bin gestorben. Sprung, spring, spring, spring. Ich beeile mich so schnell ich kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass auf, du musst jetzt hoch. Ah. Ja. Ich habe ihn ausgetrickt, den roten Laser. Ja, ja. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Siehst du, wo ich bin? Hier hinten. Ja, ja, du bist fast am Ende. Oh, wir müssten das nochmal machen. Nochmal so ein roter Laser. Oh, ich komme auch. Oh, ich habe ein Fragezeichen. Was soll das für ein Fragezeichen sein? Hä? Fragezeichen? Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Geheimgang. Hä? Den du entdeckt hast. Okay, irgendein Geheimgang, aber kriegen wir dafür irgendwo den Schlüssel? Ich glaube, wir müssen hier den Schlüssel jetzt hier holen. Ich glaube, es war lila oder so. Ja, das war... Gar nicht, weil du im Weg... Mann, jetzt geh doch mal weg da! Hau ab jetzt hier. Ich bin der Obi-Kin. Ja, ja, ja. Siehst du, wie ich hier alles hole? Ach, gar nichts tust du hier. Oh Gott, Gott. Ich habe auch den geheimen Raum entdeckt. So, warte mal. Hier ist ein Knopf oder sowas. Kann ich hier draufdrücken? Kann ich da draufdrücken? Hier, der lila in den Schlüssel. Hier ist er für die Tür ganz oben. Aber was ist denn dieses Fragezeichen? Das weiß ich auch nicht. Das muss irgendein Easter Egg sein oder sowas. Das können wir nicht. Irgendwo muss ein grauer Schlüssel sein, den wir finden müssen. Aber das war doch blau. Das war nicht blau, das war grau. Ja gut, okay. Wir können ja zur Not immer noch in die blaue Tür reingehen. So, jetzt haben wir den lila in den Schlüssel. Jetzt weißt du, wo wir hin müssen? Wir müssen nach ganz oben beim Bücherregal. Das ist gefährlich. Das ist ganz, ganz gefährlich. Ich weiß. Ich habe es eben schon fast geschafft. Aber es war echt gefährlich. Ich frage mich auch, was da dann am Ende kommt. Ob da noch was kommt oder sowas. Guck mal, man hat ja auch noch so Schließekurs 4 oder 1 ab. Nein, nein, das ist sozusagen... Wir müssen alle einmal alle Schlüssel finden. Und dann können wir weiter ins nächste Level. Das ist 3. Ah, also das heißt... Also wenn ihr 2 Parts sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal einen Like auf. Oh, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen oben da, Leute. Aber jetzt, pass auf. Jetzt werde ich hier schön mir die lila in die Tür holen. Ey, wir sind aber die coolsten Katzen. Das sind nämlich voll an die Lieds-Eine-Katzen-Spiel, was wir gespielt haben mit Tom und Jerry oder sowas. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das kann man auch eigentlich mal wieder zocken. Kitty, Kitty. Nee, nicht Kitty. Nicht ein Robloch-Spiel. Wir hatten so ein anderes Spiel mal gespielt. Ach, das. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das kann man eigentlich auch mal wieder machen. Ja, stimmt. Das war echt lustig. So, jetzt hier schön vorbeilaufen. Ey, bitte, ich darf jetzt nicht runterfallen. Aber zur Not, es muss ja nur einer schaffen, theoretisch von uns. Ja, ja, genau. Weck da, ey, du springst auf mich rauf hier. Du nutzt wieder meinen Kopf hier als Sprungschanze. Ich hab's kurz genutzt, ja, ja. Man nutzt, was man kriegen kann. Oh Gott, oh Gott. Aber noch ist alles machbar. Du musst schon wieder auch richtig... Alles im Lot, auf jeden Fall. Ja, hier. Heranspringen. So, zack. Aua, wieso hängt meine Maus da jetzt hier fest? Ach, Mann, ey. Bist du runtergefallen, oder was? Ja, aber nur ein. Halb so wild. Das finde ich aber eben auch runtergefallen. Man darf da nicht springen. Hey, du kannst einfach auf die Bücher raufklettern, Bro. Guck mal, wo ich hier bin hier oben. Ach, das hast du einen Leitern? Hey, du kannst einfach da hochklettern auf die Bücher. Was machst du denn? Wie denn? Einfach hier an die Seite einmal und dann hier hochklettern. Was hab ich gemacht, dann bin ich runtergefallen, deswegen. Wieso schräg liegen? Einfach jetzt gegenlaufen. Jetzt. Jetzt hast du es. Okay, okay, dann lass mal... Und jetzt können wir hier einfach mal reingehen. Ja. Und? Mach auf! Das geht nicht. Jetzt. Okay. Oh Gott. Was ist denn das? Das Universum! Alter! Wir haben es geschafft, den Hauptkurs! Was geht hier ab? Das sieht richtig crazy aus. Was ist jetzt am Ende? Guck mal, wir können mit der Maus reden dahin. Oh, was passiert hier? Oh, hier wird ganz schwindelig! Wozu haben wir den weißen Schlüssel überhaupt? Gute Frage. Den brauchen wir safe gleich noch. Hallo, Mr. Ratte! Greetings. Wo bin ich? Wo bin ich hier gelandet? Ey, ich kann nicht mit dem reden, weil du jetzt gerade mit dem redest. Ist das das Ende, frage ich jetzt gerade hier so. Ist das das Ende? Er sagt, noch nicht, aber es wird noch mehr in Zukunft kommen. Also, was kommt als nächstes? Er sagt, äh... Oh mein Gott, ich wurde gekickt! Genau. Er sagt, nein, wir müssen jetzt hier hinterher reinspringen. Ah, ja, ich hab's geschafft. Dadurch wurde ich gekickt. Oh mein Gott, sehr gut. Wir haben es einfach geschafft, Brock. So sehr schön! Das war's auf jeden Fall gewesen, Freunde. Wenn ihr von der Mail sind möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch beim Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao!